Herzlich Willkommen zurück zu Lego City Undercover. Wir sind da bei uns ein Mondbuggy unter den Nagel zu reißen und haben schon das Mondbuggy aus dem Shuttle heraus befreit und müssen es uns theoretisch nur noch unter den Nagel greifen. Reißen. Tut und tun. Warum geht die Tür nicht zu? Ah, okay. Wir fahren jetzt da mit dem Fahrstuhl hoch und ich sehe schon, wir können da eine riesige Kletterpartie veranstalten, um da an eine Verkleidung zu kommen. Aber da kommen wir nicht dran, weil uns eine Fähigkeit fehlt. Für wir... Verdammt. Äh, was? Ich habe ein Foto gemacht. Verwerfen, ja. Dankeschön. Für uns die Fähigkeit fehlt... Die Verkleidung. Wahrscheinlich gibt es noch eine Elektrikerverkleidung oder so. Wie sowas. Hallo? Was ist das? Nur eine Schlüsselkarte. Ah, okay. Äh, Gangster. Mach mal die Tür auf. Schon merkwürdig, dass Chase das nur kann, wenn er die Verkleidung anhat. Und ein Save. So. Was haben wir denn da drin? Die Schlüsselkarte? Perfekt. Und dann einmal bitte... Äh, hier rein. Und dann fährt eine Brücke aus, oder was? Ach, dann fährt die Brücke hier rüber. Alles klar. Oder so. Gut, dann drücken wir mal aufs Knöpfchen. Ja, toll. Naja, wenigstens können wir es jetzt in Einzelteilen handlich mit nach Hause nehmen. Gut, jetzt gibt es da drüben noch Dynamit und all so ein Gedöns. Wie komme ich denn da rüber? Wahrscheinlich erst später. Viel später, wenn ich, äh... Andere Fähigkeiten habe. Oh, hier kann man noch Sachen aufschlagen. Moment, bin da mal kurz Sachen aufschlagen. Aber hier ist gar nichts drin. Toll. Na toll. Ähm, muss ich jetzt hier runterspringen? Oh, da steht einer. Hä! Oh Gott, gut, dass wir keinen Fallschaden bekommen. So. Hallo, Mondbuggy. So, gut. Ah, da hinten ist noch ein Elektro-Ding. Wahrscheinlich kommen wir dann da hoch. Okay, oh Gott. Einmal da drauf. Oh Gott, das lässt sich komisch steuern. So. Und raus hier. Hey, das ist mein Wagen. Du bist so besitzergreifend. Der gehört nicht dir. Na, dann eben uns. Ihm jedenfalls nicht. Komm mit! Hoffentlich warten Schatzleute schon am Dock auf mich. Spezialauftrag. Fiese Astronauten. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Polizeimarkenteil. Habe ich ja nur zwei bekommen. Aber da haben wir relativ viel bekommen. Oh nein! Ich werde bekloppt. Ein Prozent fehlt. Nein. Gut, soll ich fortsetzen. Scheiße. Den einen Prozent hätten sie mir noch schenken können. Fahrer, schlechte Nachrichten. Meine Leute warten nicht auf dich am Dock. Ja, ich hab's gemerkt. Sie sind spät dran. Und mit spät dran meine ich... Sie sitzen hier auf Ihrem Hintern. Oh. Sie sind anscheinend doch los. Wen soll ich denn jetzt anschreien? Sie kommen also bald, richtig? Denk schon. Pass ja auf den Mondbuggy auf, solange Sie noch nicht da sind. Ich geh raus auf die Straße und schrei ein paar Passanten zusammen. Bis dann, Fahrer. Okay. Was soll ich jetzt tun? So mit dem rumfahren? Oh Gott. Ähä. Nein! Ja toll. Das Ding lässt sich doch super steuern. Nicht. Ich glaube, ich fahre hier die ganze Zeit im Kreis oder so. Ist, glaube ich, am sichersten. Ich glaube, ich fahre wirklich die ganze Zeit im Kreis. Oder ich fahre jetzt hier lang? Jetzt fahren die mir ja alle hinterher. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Die sind schneller als ich. Das ist mich. Nein. Hallo, Wasser. Oh fuck. Das tut dem Mondbuggy weh. Okay. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Achtung, hier spricht der Werkschutz. Alle Mann zurück zur Basis. Hehehe. Oh. Nein. Oh, wie nett. Dankeschön. Ich dachte schon, ich muss alles neu machen. Das war gut. Wurde aber auch Zeit, Jungs. Kapitel 8, die Befreiung. Okay. McCain, bist du in der Nähe vom Zentrum? Äh, klar, Chief. Warum? Wir haben Hinweise darauf, dass eine Gang Forrest Blackwell entführen will. Die halten ihn auf einem Gebäude in der Nähe des Wissenschaftsmuseums im Zentrum fest. Bin schon unterwegs. Wurde Verstärkung angefordert? Ja, aber bis die da sind, ist es zu spät. Also beeil dich ein bisschen. Ich will es mir wirklich nicht mit Forrest Blackwell verscherzen. Okay, die Wale sind ja süß. Äh. Oh Gott, ich muss mit... Oh Gott, okay. Ich glaube, die Musik sagt, ich soll mich beeilen. Na gut. Dann gehen wir wieder mal als Polizist los. Manche stressig hier alles. Oh, ein Auto und schnelles. Irgendein Auto. Sorry, das ist ein Notfall. Du hast kein Nitro im Auto. Das ist nicht nett. Oh. Jetzt springt die mir. Oh, da lang. Springt die mir direkt unter das Auto. Okay. Ja. Okay. Da lang. Ähm. Natürlich kann man da nicht drüber fahren. Wow. Immer diese Kanten in Lego City, man. Bleibt überall hängen. Baum? Baum geht. Das ist schön. So, macht Platz. Ich hab nicht ewig Zeit. Hab ich wahrscheinlich doch. Die Musik soll mich einfach nur so stressen. Nein. Oh, das tut mir leid. Aber wenn sie genau den Weg fahren. Uh. Wo ist das Ziel? Das ist nicht mehr weit. Das ist hier irgendwo. Da oben. What the fuck. Ja, wo krieg ich den denn jetzt her? Ja, ich glaub, lila kann ich die Dinger nicht machen. Blauer. Ich glaube. Warte mal. Da drin wird einer sein. Oder? Sieht so aus. Ja, natürlich. Alles drin. Einen blauen. Wo komm ich denn da rein? Soll das wirklich so sein? Was ist denn hier? Was ist? Ah, ein Teleporter. Okay. Das bringt mich da rein. Ah, super. Okay. Hier kann ich die Farbe wechseln. Ja, Chase. So können alle Farben. Das ist schön. Das ist wohl so die Zentrale für... Hier kannst du alle Farben wechseln. Und Dynamit kriegt man hier auch. Kann man hier auch hochgehen? Nee. Schade. Auf jeden Fall kann man hier echt zuschlagen. Okay, das ist gut zu wissen. Am Zentrum. Muss ich mir merken. Boah, die Musik ist aber auch am stressen, ne? Das ist unglaublich. So, ich möchte dann jetzt einmal da den blauen Farbwechsel benutzen. So. Perfekt. Und hoch. So, und jetzt? What the fuck? Was wollt ihr von mir? Ich denke, ich soll hier einen retten. Häp. 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 Und jetzt? Hier rüber? Oh Gott. Ich werde hier bestimmt irgendwo runterfallen. Oh Gott, was war das denn? Und Sprung. Oh. Häp. So helft mir doch. Pass Blackwell. Ich werde festgehalten. Gegen meinen Willen. Hört mich jemand? Ja, ich höre sie. Ich meine, abgesehen von meinen Entführern. Okay, den müssen wir also retten. Stoppt ihn. Oh. Hagrid ist da. Zumindest sieht er so aus. What the fuck? Was war das denn? Auf jeden Fall kann der eine da wohl Komforten. Nein. Du bleibst schön liegen. Komm. Bam. Einmal festnehmen. Aua. Lass mich die erstmal festnehmen, bevor du mich hier verprügelst, ja? Ja. Okay. Astronaut werden. Und dieses Farbspiel spielen, wofür wir voll die Zeit haben. So. Ah, wenigstens portet es schneller als sonst. Weil das hat mir sonst auch mal Jahre gedauert, bis das Ding da mal geportet hat. Muss ich wieder die Farbe wechseln. Oh mein Gott, ihr werdet ganz schön anspruchsvoll hier. So. Lass mich jetzt auch da dran. Okay. Hallo Tauben. Geht mal alle weg. Ich muss da dran, ja? Uh. Oh Gott, das war knapp. Das war auch mehr so eine Moodmaskung, dass ich da dran muss. Okay. Hallo. Tschüss. Okay, das war hart. Ich hab geblockt. Tschüss. Ähm. Sprung. Halt dich fest. Verdammt. Kann ich euch festnehmen jetzt hier? Achso, ne. Die sind einfach nur so ungefallen. Jetzt muss ich den ganzen Weg von vorne machen. Wieso kriegt man keine Save-Punkte zwischendurch? Das ist doch doof. Muss ich alles nochmal machen. Jetzt. Hep. Und Sprung. Und Sprung. Hui. Da drauf. Die Musik ist so nervig. Heia. Heia. Sprung. So, jetzt brauche ich wenigstens den Port nicht mehr machen. So. Wollen wir das Ding eigentlich kaputt hauen? Nicht wirklich. Okay. Sprung. Oh gut, der war besser. Äh. Gut. Ich hoffe, wir sind keine neuen Gegner drauf. Okay. Gut. Ich hab jetzt einfach mal nicht gesteuert. Einfach mal nur fliegen lassen. Das war der Fehler, den ich vorhin gemacht hab. Ich hab zu viel gelenkt. Die ganze Tauben hier. Ich hab's sogar drauf. Hep. Und hep. Mein Gott. Chase könnte auch noch ein paar Kuh machen. An diesen heißen Tee kann ich noch nicht dran. Den hab ich schon öfter gesehen. So. Hier was aufbauen. Aber bebauen. Oh Gott. Sowas hasse ich. Fällt man immer so leicht runter. Und man weiß nie warum. So. Muss ich jetzt hin? Hier rum. Da ist ein Superstein. Ah, da werde ich mich jetzt mal nicht drum kümmern. Äh. Okay. War richtig. Oh Gott. Hallo. Chase. Alles klar? Alles okay bei dir? Oh mein Gott. Bitte voll zum Assassinen hier. Assassine. Unglaublich, der Typ. Okay. Einmal aufs Seil. Wee. Wee. Oh mein Gott. Äh, B. Verdammt. E. Nein, nicht drüber hinweg springen. Okay. Ich glaub, wir haben's geschafft. Mann, wie cool war das denn? Dave? Dave! Boah! Da! Ein Vordach! Wäre das ein Actionfilm, würde da sicher einer drauffallen. Ah! Uff! Au! Das tut richtig weh. Kann der Tag noch schlimmer werden? Kann er. Grundgütiger Himmel. Rettung naht. Verhaften Sie diese Männer. Schnappt ihn! Hat der gerade gefurzt? Oder was war das? Oh mein Gott. Kommt mal her. Genau. Zeigen Sie es denen. Die sind jetzt alle aufs Maul. Habt ihr gesehen? Dann krieg ich die jetzt alle nicht festgenommen. Das waren einige Zweier. Ähm. Ich muss erst mal ein paar festnehmen, Freunde. Sonst wird das hier nix. Ne? Ha! Die Trachtprügel hat er verdient. Einmal alle festnehmen hintereinander. Und du auch noch. Perfekt. Jetzt nur noch du. Vorzüglich. Ganz alte Schule. Und. Pow! So. Das war's. Danke, junger Mann. Ich dachte, mein Schicksal wäre besiegelt. Nicht so lange ich da bin, Sir. Die schicken unmöglich Verstärkung. Daher sollten wir umgehend aufbrechen. Mein Wagen müsste noch in der Nähe sein. Natürlich kann er sich dann auf einmal selbst entfesseln. Wir sind leider spät dran, Chase. Kam es aber wohl auch ohne uns, klar. Ich denke, die Polizeistation wäre der sicherste Ort. für mich. Würden sie mich fahren? Ich bin noch etwas mitgenommen. Fahr ruhig. Ich sag dem Chief Bescheid, dass du Mr. Blackwell ablieferst. Wir bleiben hier und kümmern uns um die Gang. Okay. Danke. Ich bin untröstlich. Ich habe sie gar nicht nach ihrem Namen gefragt. Ich bin Chase. Chase McCain. Und wie diese Fahrt verläuft, sehen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.